Katharina, und mittendrin im Referendariat, am Ende, und hast du bald so was wie Lehrproben oder so, die anstehen? Wann ist die? Im November, okay, ist bald, ne? Wenn du möchtest, kannst du, also wir haben alles technische Equipment hier, ja, also im Grunde, und wir haben, also ich habe in der zweiten Hälfte noch überhaupt nichts geplant, ja, das heißt, mein eigener Unterricht ist eher schwach vorbereitet, und wir würden uns alle, Klaus, oder, wahnsinnig freuen, Hendrik, wenn du in der zweiten Hälfte, ja, wenn ich mich komplett zurückhalten würde, ich würde, ich würde komplett rausgehen, ich würde mich hier hinsetzen, ja, einfach so, und würde, und dann Katharina übernimmt komplett den Unterricht, das wäre schön, oder, das wäre spannend, ey.